Für das neue Audioexpress hatten wir ein Ziel, das ultimative Audiointerface zu entwickeln. Eine einfache Box, die wirklich leicht zu bedienen ist. Stöpseln Sie einfach Ihr Mikrofon, Ihre Gitarre oder Ihr Keyboard ein und dann hören Sie alles über Aktivbox ab und nehmen Sie es auf dem Computer auf. Wir glauben, dass wir mit dem Audioexpress mitten ins Schwarze getroffen haben. Zuerst einmal ist es ein Audiointerface für Mac und PC. Mit hybrider Anschlussfähigkeit oder Bass-Powered Firewire oder Highspeed USB 2.0. Das Audioexpress hat alle Ein- und Ausgänge, die man braucht. Sogar digitales In-Out und MIDI. Aber das Audioexpress ist auch ein digitales Mischpult mit lautstärken Regeln für jeden Eingang. Ganz einfach, direkt auf der Vorderseite. Manchmal will man einfach nur seine Instrumente spielen, ohne mit dem Computer herumzuhantieren. Mit dem Audioexpress kann man alle verbundenen Instrumente leicht abhören und miteinander mischen, ohne Computer anbinden. Wenn Sie Tracks im Computer aufnehmen, dann arbeitet Audioexpress als integriertes Mischpult, das ein Monitoring ohne jede Latenz ermöglicht. Sie können Audioexpress sogar mit auf die Bühne nehmen, mit oder ohne Computer und nutzen es als kompaktes, tragbares Mischpult. Das Audioexpress erlaubt mehrere Monitormischungen gleichzeitig. Zum Beispiel können Sie die Summe zur PA rausgeben und parallel dazu das Gitarrensignal zu den Monitor-Lautsprechern auf der Bühne schicken. Mit den Bedienelementen auf der Vorderseite ist das Audioexpress ideal zum Live-Mischen. Und wer Stücke im Studio aufnehmen möchte? Das Audioexpress arbeitet problemlos mit quasi jeder populären Musik- und Pro-Audio-Software auf Mac OS X und Windows. Einschließlich Digital Performer, Pro Tools, Logic, Ableton Live, Sonar und vielen anderen. Wie alle Motu-Interfaces liefert das Audioexpress professionelle Tonqualität mit klangneutralen Mikrofonvorverstärkern, symmetrischen Analog-, Ein- und Ausgängen und fortschrittlicher DSP-basierter Synchronisation. Trotz der einfachen Bedienung steckt das Audioexpress voll mit hochentwickelter Technik. Features wie Direkt-SIMPT-Timecode-Synchronisation, einen Tuner und eine Menge von Audio-Analyse-Werkzeugen. Wer ein einfaches, flexibles, professionelles Interface und Mischpult haben möchte, für den gibt es einfach nichts besseres als das Audioexpress. Das Audioexpress. Das Audioexpress. Das Audioexpress. Das Audioexpress. Das Audioexpress.